Hallo und herzlich willkommen zurück bei Autoball. Ja, wir haben Revanche gemacht und wir spielen schon die dritte Folge in Runde. Das liegt einfach darum, weil wir echt Bock drauf haben. Es macht saumäßig Spaß. Wie konnte ich das bisher noch nicht gespielt haben? Hobi, du bist drin, ne? Ja, wie konntest du nur? Es ist mir einfach ein Rätsel. Vor allem, ich würde es auch moderieren. Ich würde es einfach moderieren. Es macht saumäßig Spaß. Ja, das ist so geil. Liebe ist, ey, könnt ihr mal den Gronkh moderieren lassen, der weiß jetzt, was das ist. Alter. Vor allen Dingen, ich muss zugeben, ich bin ja nicht so der Fußballfan, aber das hier macht sauspaß. Obwohl das Fußball ist, ist was ganz anderes. Jawoll! Tobi, baller, baller! Nein! War ich das? Ich wollte ihn hinten halten. Nee, bei der blaue. Das war die Schalke, Sau! Weg damit. Aber nächste Friendly Fire, ne? Könnte man auch beim Überlegen das Spiel hier. Auf jeden Fall. Ja. Ist gut, ey. Aber nicht mit uns hier. Die anderen dort spielen. Ja, die Blüten! Alter, nicht alle auf einmal. Nicht alle auf einmal. Pan, super, ey. Hä? Ich habe gar nichts gemacht, Curry. Alles in Ordnung. Du hast doch den Ball gehalten, oder nicht? Ja, ich war auch zu sehen da. Du hast den Ball gehalten, Mann. Hahahaha! Entschuldigung, ich bin echt... Voll im Risiko. Ja, sehr gut! Jawoll! Nein! Mein Ficken! Ich fang immer der Weg! Oh Leute, zurück, zurück, schnell. Wir haben niemanden im Tor. Nein! Alter, der ist halt immer da. Boah, Alter! Da kannst du auch nichts machen. Nein! Nein! Alter, dieser Mr. Boltimo! Wie kann ich denn überall sein? Boah, Alter, Pan! Yay! Oh, der! Warte. Ich höre mal kurz, wenn die den Ball berückt. Geh du! Oh, ich habe keinen Druck. Oh, der hat Tempo. Nice! Er kommt einfach ins Spiel. Jawoll, weg damit. Hau den weg, haut ihn weg. Nice. Ach, man. Es ist immer der Boltimo! Es ist immer... Wir müssen ihn ausschalten, Alter. Auch privat. Wir müssen ihm Drohbriefe schreiben. Wir müssen sein Internet kappen. Und seine Konten einfrieren, Alter. Das geht nicht. Der Typ ist auf einer privaten Vendetta gegen uns. Nice! Pan, super! Ich sprich schon wieder nach dem! Ja! 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 Nein! Der war so drin! Der war so drin! Oh, Mann! Das war mein großer Moment! Der ist immer hinten! Schnell nach hinten, schnell nach hinten! Nice, Tobis! Alles cool! Jawoll! Wow! Geil, Curry! Jawoll! Oh Gott, ich habe es ewig nicht mehr gemacht. Mit wem denn? Nein! 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 Ich bin hinten! Schönes Ding! Schönes Ding, wie er den rausknallt! Alter! Vorsicht! Sehr geil! Sehr geil! Der ist daneben! Hauptsache, er ist noch weg von unserem... So, wir rein! Kommt, Männers! Und Mädels! Das gibt's doch gar nicht! Aber jemand den Schwung klopft bei mir die Aktivität! Oh, oh, faust dich! Was war das grad für ein komisches Heavy-Metal-Solo? So, aus damit! Aber Dotti wartet schon! Bin hinten, alles gut! Alter, jetzt rammt mich doch nicht! Oh! Nein, nein, nein! Oh, Mann! Schade! Mr. Baltimore, wieder! Tobi! Oh, nein, nein, nein! Tobi! Oh, nein, nein, nein! Tobi! Ich steh bereit, falls der Weiby vorne ist! Ja! Ja! Den klau ich mir! Ja! Ja! Wuuu! 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 Ich weiß, Tobi! Alter! Alter, hier schön reingeflogen und der Tobi noch hinterher! Geil, Alter! Geil, Tobi! Geil, Mann! Boah! Okay, Tobi, bleib hinten noch was! Nein! Oh, nicht Erde, ey! Alter! Muss hin, Karambolagen! Tobi, haste! Hä? Nein! Nein! Was? kin! Warum? Wann war das, Pan? Was war das? Aber... Aber das war ein schönes Tor, ne? Ja, das Tor war super, maar die fauhlenschte Richtung! Aber hier einen BAM! Jawohl, Pan! Wohohohohoho! Der war gut! Der war gut! Oh, Pan, du warst! Wir sind so will, ich will strömen! Ich will mich überreden oder auf dieser tr 건강ischkeil… Wäre doch sonst langweilig! So. Ouh! Ouh! So. Schön! Die ne balls online, die musst du wieder guemachen! Das ist gut, oder? Nee. Nee, von so'n Spacken angeditscht wurde. Ganz kurz nochmal, ganz wichtig. Bitte keinen Hate bei Fehlern in die Kommentare. Egal was passiert, auch ein Eigentor passiert einfach mal. Hab ich! Weg damit! Ich mach's wieder gut! Oh nein, ich mach's wieder gut! Das Wichtigste ist, wir spielen aus Spaß. Wir machen diese ganzen Spiele einfach nur zum Spaß. Das ist der Grund. Wir sind keine ESL-Leute, auch wenn wir so geil spielen. Jawoll, Part, komm! Und wenn jemand von uns ein Eigentor macht, dann nur, damit die Herausforderung größer wird. Weil's dann einfach noch mehr Spaß macht. 30 Sekunden, ich bin so leid! Nice Curry, Alter! Ist doch egal, wir kriegen dann aber... Alter, ich seh den Ball überhaupt nicht! Hallo, wo ist mein... Oh, Alter, was? Was mach ich da? Weg damit! Oh, geil, Curry! Oh, Mann, da ist immer ein Tacken früher am Ball, Alter! Das gibt's überhaupt nicht! Oh Gott, nein! Die stauben einfach nur ab, die Drixen! Die letzten zwölf Sekunden! Fuck! Der Typo als Hässeln, Alter! Was für ein Wichser! Da schmeißt er sich einfach rein! Wir haben noch nicht verloren, wir haben noch nicht verloren, komm! Zwölf Sekunden, Alter! Volle Pulle drauf! Alles klar, okay, jetzt machen wir fertig! Tobi, go! Hab's da Knarren, wir schießen die Beine weg! Aaaaaah! Bäh! Jawoll! Aaaaaah! Bäh! Oh! Nein! Alter, ich hätt ihn gehabt, wär der nicht verloren! Wenn der drin gewesen wär, Alter, ich wär aufgestanden und den Fass aufgemacht! Wär der drin gewesen, hätte man ein Tor gehabt, ey! Geil, Alter! Tobi, deine Rückschlüsse, du bist Columbo! Alter! Komm, mach ne Revanche gegen uns, bitte! Juhu! Juhu! Geil jetzt halber! Falls mal was passiert, weißt du! Tobi, ich bleib hinten, okay? Ja! Komm, schickst du mir das da? Ja klar! Woll ich auf nen YouTube-Channel hochladen! Ich brauch die Views an! Du kannst ja jetzt auch, du kannst ja sowas wie How about your Mother streamen, das geht! Hab ich, hab ich, hab ich! Stimmt! Ja, ja, stimmt! Der ist gut! Der ist drin, jede Serie! Der ist gut interessiert! Boah! Der Auberkommt! Nein! Nein! Ich bin genau drunter durch! Nein! Ich hasse mein Leben! Tobi, geil! Tobi, ja! Tobi! Wie geil, Alter! Wie geil! Alter! Tobi, du geiler Typ! Ey, guck mal! Päms! Einfach angewixt und mit dem Seitenfurz einmal reingeschossen! Ja! Schön, Alter! Einmal kurz links aus der Backe knattern lassen! Okay, stepp hinten, stepp hinten! Schönes Ding, Leute! Jetzt zeigen wir's dem mal, wo's lang geht hier! Also, in der Richtung nicht! Das war falsch! Sag mal, einen Ball gegen Bandeschießen ist ja keine gute Idee, ne? Jetzt aber nicht schlecht! Weg damit! Funktioniert für mich irgendwie selten! Ja, voll! Komm schon! Komm schon! Alter! Nein! Die holen mich hier immer weg! Scheiße! Okay, wo ist der Ball? Bei mir! Oh! Fuck! Nein! Ich denke gar nicht! Nee, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir! Oh, du warst da drinnen! Oh! Hi! Ich bin nicht drin! Jawohl, Erik, komm! Volle Pulle! In die Kurve! Ja, schönes Ding! Oh! Oh! Ich wurde gerade... ... rasiert! Fuck! Nein, Alter! Dieser Portimor! Ich hasse den Typen! Persönlich! Oh! Oh nein, nein! Ernsthaft! Ernsthaft! Alter! Was die für ein Glück haben! Es ist nicht zu fassen! Das war mein Fehler! Ich bin rausgegangen! Und der hat mir über den Kopf gerollt gerade! Ich konnte nichts machen! Und dann war die Vorlage! Scheiße! Ja, ich wollte sowas so die HWSQ-Trikots bald meinen Auftrag geben! Tobi ist hinten, ne? Ah ja! Alles klar! Nur der HWSQ! Weg damit! Nur der HWSQ! Nur wo ist der bald! Nur der HWSQ! Hup! Nur der HWSQ! Alter, was passiert hier gerade? Hä? Warum? Warum? Was? Ja, komm! Na! Oh, ich hasse diese Bälle, die an der Wand langst zu leiden, Alter! Oder die tausend Jahre brauchen müssen wir mal landen! Schönes Ding jetzt pushen! Weißer Mr. Baltimore! Jetzt ist es persönlich! Hä? Jawoll! Oh, ich brauch Bus! Nein! Oh Gott! Alter, das gibt's doch nicht! Oh, irgendwer hat mich gerade angebumst und dann hat mich aber noch jemand angebumst! Oh Mann! Beim ersten Bumst war es super! Okay, wer ist hinten? Wer ist hinten? Keiner ist hinten! Ich doch 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 doch! Mr. Baltimore schon wieder, Alter! Du kleiner Wichser! Ist das eigentlich deutsch oder ne? Das könnten von überall sein, ne? Jaja! Jaja! Schade, ich dachte vielleicht, jetzt schauen die auch zu! Weg damit! Japan! Kann man ja grüßen! Boah! Komm reinballern! Reinballern! Hoch und weit! Der ist gut! Ja, fuck ey! Ich hab's voll nicht! Ah! Ja! Oh Gott, wir haben keine! Entschuldigung! Warum? Ich hab den! Hab ich den! Hab ich den! Hab ich den! Hab ich den! Geil Curry! Ja Curry! Super! Super gespielt Curry! Super! Super sagen! Super! Einmal super! Super Curry! Super! Curry, das war super! Super! Guck mal hier! Einmal super dieser Curry! Super! Super! Okay! Huh! Tobi oder was? Nee! Okay! Ich bleib, ich bleib! Komm Leute! Hä? Was war das denn? Das war ne richtig fette Kuschelei! Hauptsache, am Ende ist Mr. Baltimore! Ja! Jawoll! Tod! Oh Gott! Nein! Nein! Jawoll! Jawoll! Die haben beide verpasst! Entschuldigung! Gut! Der ist gut! Ja! Der positive Moor! Ja! Sei doch! Fuck! Hast du den grad zerschmettert? Ja! Tobi, du bist mein Held! Ich liebe dich! Jetzt! Pan! Das hab ich noch nicht mal zu Pan gesagt! Oh! Meine Nase juckt! Nein! Warum juckt meine Nase? Das ist gut! Wir machen gleich ein Tor! Oh Gott! Meine Nase! Oh Gott! Der kommt echt gut! Der ist noch mal weiter! Der ist weiter! Der ist durch! Der ist durch! Jetzt drauf! Oh! Nice Tobi! Meine Nase! Nein! Nein! Fick! Fick! Weißt was ich sagen will, ne? Oh! Ja klar Tobi! Warum?! Alles gut! Alles gut! Safe! Schön! Pan super! Sehr gut rausgehauen! Nicht! Und ich fahr immer vorbei! Schönes Ding ist drin! Alter geil! Ne ist er nicht! Schade! Ich hau ihn noch mal rein! Bleib hinten! Kommt schon! Kommt schon Leute! Alter! Wieso fährt er mich immer tot! Das war bestimmt wieder Mr. Baltimore! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nice! Dieser Anti-Mensch! Meinst du fahren? Ne! Naja! Mr. Baltimore natürlich! Achso! Vor der Mitte! Jawoll! Der macht ihn selbst! Wärm das Ding! Wärm das Ding! Ich bin hinten Tobi! Ja! Der ist weiter! Der hat mich ganz gebrochen! Oh Gott! Oh mein Gott! Der ist drin! Na! Das darf doch nicht! Was für ein Luck Shot! Mr. Baltimore! Du dreckiger! Hustensohn! Mein Kackfehler alter! Wie kann man denn? Der hat den halt reingebloggt ne? Der hat den reingebloggt! Dieser Sohn einer äußerst integeren Person! Ich hätte gar nicht rauskommen sollen! Okay! Tobi! Na hinten! Ich glaube hinten! Oh nein! Ah ist da! Na! Der noch gut! Super! Jawoll! Fuck! Nein! Der kriegt den natürlich wieder! Alter! Alles gut! Ist Verlängerung! Ich muss das echt üben! Nein! Alter! Nein! Der ist noch in der Luft! Ah ok! Ich bleib hinten Tobi! Was? Komm schon Jungs! Oh Mädels! Boah! Alter! Der ist ja mega böse! Jawoll! Nein! Alter Gott! Jetzt durch! Durch! Nee ist nicht! Der ist drin! Geil Curry! Geil Curry! Ja! Ja! Guck's dir an! Was ist mit dir los ey! Weil der wollte grad nach! Guck der! Pass auf! Pass auf! Der hat ein Eigentor gemacht! Ja! Der hat ein Eigentor gemacht! Der hat ein fettes Eigentor gemacht! Boah! Möchte ich jetzt nicht seine YouTube Kommentare lesen! Gewinner 4 von 5! Oh geil! Tschüss! Tschüss! Krass meine Schrauben! Boah ey! Wir haben gewonnen! Jetzt gehen wir schnell raus! Ja eben! Keine Revanche? Wir haben gewonnen! Abhauen! Nur bereit! Nur bereit machen! Okay! Nee ich glaub dann starten wir nochmal neu gegen die! Echt? Also zurück zum Hauptmenü oder was? Wir haben das vorhin auch gemacht! Hauptmenü? Zeit abwarten! Ich hab schon bereit gedrückt! Ich hab auch schon bereit gedrückt! Ist egal! Ist nicht schlimm! Die Zeit läuft ja ab! Achso! Achso klar! Ist ja nicht schlimm! Da geht die Folge auch schneller um! Prost! Du hast bei mir 108! Du hast bei mir 108! Das ist wahrscheinlich von denen jetzt! Ja ja! Ich hab auch äh! Alter! Das sind sonst welche Leute ey! Bei mir war die Runde echt schlecht! Alter Schwede ey! Boah! Da sind aber auch viele Nullen bei mir! Bei dir auch! Das ist ja egal! Alter Schwede ey! Boah mir ist so warm gerade! Ich bin so hart am Öl! Du bist so warm, dass sogar meine Cola schwitzt ey! Hm geil! Du hast doch mehr im Glas! Cool! Was sieht das Kondenswasser aus? Das ist die Cola die schwitzt! Ne so ein Schweißfilm auf der Cola noch drauf! Boah! So ein milchiger ne? Boah! Okay! Die einen Basis Leute! Oh das sind doch wieder die! Sag ich doch! Sollen wir dann rausgehen? Wir können ja auch mal katern hier! Willste rausgehen oder bleib mal drin? Wir können doch noch mal gegen die Spielen kommen! Ach komm dann spielen wir mal! Dals! Lass die Bumsen alter! Steht Bumsen! Uuuuuh! Komm wir haben keine Angst vor denen! Ich geh mal in Stroh! Wir haben ja auch grad fett gewonnen! Verdient! Weil Mr. Boatimo nicht spielen kann! So wie bist drin ne? Okay nice! Wenn der Curry nice sagt jetzt gibt's immer so viel Motivation! Einer fucker! Ja ne finde ich auch! Ich fühl mich dann direkt viel besser! Oh Tobi Tobi Tobi! Oh nein 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 nein! Mr. Boatimo! Da weiß ich nicht was ich machen soll! Das war doch das falsche Tor Mr. Baltimore! Du musst aufs blaue spielen Junge! Kannst doch nicht viel machen ey! Haha! Oh die alle anschlungen kommen! Und er bleibt einfach ruhig! Weißt du? Ja ja! Okay alles cool! Alles cool! Das war direkt am Anfang! Das ist wirklich ne ziemlich neue Map hier gerade! Cool! Oh Alter! Sind wir auch aktiv am entwickeln ja ne? Ja ja! Da kommt immer mehr neue Content aus! Und angeblich sogar WWE-Content! So ein WWE-Ring und so! Cool! Oh nein! Das wär ja geil! Oh Tobi! Oh die gehen auf nicht! Die gehen auf nicht! Nein! Oh alles klar! Was war das denn? Okay wollen wir schnell ein Hauptmenü? Das ist aber das Schatten! Nein komm! Das ist ein Comeback des Jahres! Oh Tobi also! Das denn! Brainer of Carl! Ich glaub ja! Tschüss! So tipps alter! So voll der Lasche alter! Ich spiel für Baltimore! Okay! Ich glaub hinten! Tobi ist halt hinten! Sie sollten vielleicht nicht hinten bleiben! Aber ich glaub hinten! Jawoll! So nice! Oh Gott! Geh's mal weg! Oh weg! Ja super! Nein! Raus! 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 Nein! Tobi! Alles gut! Schon wieder Mr. Baltimore, alter! Ich bin hinten! Ich bin hinten! Komm Leute! Ich will einen kaputt machen! Verdammt nochmal! Das gibt's nicht! Ich hab das Gefühl ich hab immer zu wenig Boost irgendwie! Ich brauch immer einen Booster! Alter Mr. Baltimore! Ernsthaft! Alles gut! Alles gut! Tor ist leer! Von denen! Ja ich weiß! Ich hab den getötet! Sehr gut! Ich bin einfach rein und hab den gekillt! Das soll ich Mr. Baltimore killen! Boah der mit einem Jumpe ne? Das ist immer der fucking Baltimore! Der geht daneben! Oh Mist! Ich brauch Boost! Jawoll! Jawoll! Schönes Ding! Schönes Ding! Es ist der fucking Baltimore! Was ist denn mit dir los? Ja da ist der Arsch! Na! Auf, auf, auf! Oh Gott! Hilfe! Was ist hier los? Ich weiß es nicht! Lieber Mr. Baltimore, solltest du nicht aus Deutschland kommen, diese Folge sehen ist es mir leid! Du bist ein guter Spieler! Deswegen muss ich mich darüber aufregen, weil ich es nicht bin! Alter was? Ich hab mich grad entschuldigt! Ja man! Ja man! Ja man! Und ich bin auf Tour nicht! Ich hab mich grad entschuldigt! Mein Karma ist Magic! Das war gar nichts nice, Alter! Ich krieg nichts hin, ey! Guck dir das mal an! Wie so ein bescheuerter, Alter! Ich entschuldige mich nie wieder! Das hab ich jetzt daraus gelernt! Karma gibt's gar nicht! Ich bin hin, Tobi! Ich bin hin, Tobi! So! Karma ist ne Stripperin! Okay, vorne, vorne voraus! Jawoll! Ich lieg auf'm Dach! Hä? Du faule Schwein! Wir spielen grade! Ich bin ne Rocket League-Hure! Du bist Autos der Hure, ey! Es ist immer der Baltimore! Boiltymoor! Na, ich kriege nicht! Und also, ich bin wieder hinten! Der ist gut! Der ist gut! Ja! Schön! Oh, ich hätte schon was vorne angepumptet! Ah, ja! Das ist echt falsch! Nietzsche! Boah! Guck dir mal den Boiltymoor an! Nichts! Der kann gar nichts, Alter! Hier, Tobi! Oder ich! Ich glaub hinten! Manche Leute sind echt zu dämlich, ihre Playstation anzukriegen, weißt du? Null! Also ich zum Beispiel, weil ich Knopf nie finde! Ja, Tobi! Oh, den Fuß brauch ich! Was? Oh, jetzt wollte ich grade cool überwandeln! Oh, wieder nicht richtig den Ball getroffen, Mann! Oh, fuck! Kriegt Pickel, ey! Nein, 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 nein! Oh, geil! Der macht ja jedes vor, das ist ein Weg! Der Spaß, weißt du? Der Spaß schießt sogar den Pfosten, macht das Ohr, Alter! Der ist überall! Der kommt da einmal angefahren! Hallo! Hallo! Das ist doch ein Witz, Alter! Okay, Leute, jetzt müssen wir mal auffahren, ihr Geschütze! Ich hasse Leute, die besser sind wie ich! Volle Pulle! Der hat noch nie gefickt, Alter! Deswegen spielt er so gut! Boah, was? So! Endlich sagt's mal jemand! Okay, Leute! Ich hör die Kommentare schon wieder! Hm, nur weil er besser ist als ihr! Ja, ja, natürlich deswegen! Tobi, Tobi! Die anderen sind mir ja noch egal! Nice! Weg da rein! Jawohl! Super! Und dann cheatet der! Und spielt ESL! Der muss cheaten! Der ist besser als wir! Rein, rein, rein! Jetzt rein! Nein! Oh fuck! Wie haben die den denn noch rausgekriegt, bitte? Ich hab keine Ahnung! Aufpassen! Aufpassen! Das war bestimmt wieder Mr. Baltimore! Okay, ich hör schon auf! Nervt mich langsam selber der Name! Genau wie seine Mutter! Jawohl Tobi, super! Der will zuhause übrigens auch mal Mr. Baltimore genannt werden, von seinen Eltern! Ah, Hilfe! Jawohl Tobi! Jawohl Tobi! Nein! Nein! Dort hat ihn rausgeholt! Mr. Baltimore! Timo! Neeee! Oh scheiße! Ich hoffe ich bin dann niemand in die Quere gekommen! Alles gut! Das wird doch ein so'n faschistisches Toinkriegen! Kommt doch Leute! Nein! Jawohl! Pan, super! Pan, super! Sehr geil! Ja, leck mich doch am Arsch, Alter! Leck mir eine Glöten, Mann! Dotti ist auch gefährlich! Ah, nein, 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 nein! Okay! Oh, gut! Kommt, kommt Leute! Kommt! Mr. Baltimore bleibt gerade hinten! Warum? Scheiße! Jawohl, Pan, super! Pan, super! Oh, Cory! Das warst du! Entschuldigung! Ich war gerade völlig im... Oh nein! Der wär so dringend! Komm Leute, wir müssen! Alter! Alter! Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor für die Verlängerung! Jawohl! Mr. Baltimore ist im Tor übrigens bei denen! Jawohl! Dieser kleine Strich ist im Tor! Mr. Baltimore ist im Tor! Der kleine! Hustensaft! Tinker! Malm. John komm! Komm Tobi! Nei! Kannst vergessen, Alter! was für Schaffenkinder? Die regen mich voll auch. Boah, du müssen noch mal jeden Fall nicht spielen! Das gibt's für dieàarenta! Nee! Ich kann nicht mehr gegen die Typen spielen, Alter! Maler, maler, da suche man noch einmal neu! I свидetal okay? Noch einmal neu suchen, komm Gehen wir zurück zum Hauptmenü Wollt ihr noch ne Folge machen? Noch ne Folge? Guck mal, Ruhe! Wollen wir dich noch eine Runde? Willst du jetzt noch bereit machen, oder was? Ihr seid schon raus im Hauptmenü, oder was? Ja, ja genau, in der Gruppe Hä? Ich nicht? Ja Pan, du musst jetzt gegen die spielen Okay Tobi, du kannst schon mal suchen Okay, warte, ich will noch mal ganz kurz in die Garage Warte, das kannst du machen Okay Wir müssen mit einem Sieg hier rausgehen, Freunde, sonst können wir nicht glücklich werden So Sonst können wir nicht glücklich werden, ich sag's euch Das geht so nicht Oh nice, Alter Es muss einfach schön sein So, die sind neu Das bleib ich mal dabei Mütze hab ich, ich hab keine Mütze, warum nicht? So Oh, die Mütze Nein, ich hab keine Mütze Tobi, du kannst schon mal suchen, ne? Ja, ich weiß, wenn die beiden noch am einstellen sind Kann sein, dass es gleich losgeht, ne? Achso Achso, ja, ich hab schon, ich bin fertig Erik, du auch? So, ja, 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 alles gut Boah, Erik sieht jetzt richtig gefährlich aus mit Piratenflagge, ey Boah, der Junge hat den Cash an Jetzt geht's los Aber guck dir mal meine Felgen an, Alter Meine Felgen Jetzt haben die richtig Respekt vor mir Okay, Leute, kommt Ist das eine neue Folge jetzt? Sepp the Boss, Alter Ist das eine neue Folge? Ne, 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 ne Ach Gott, nein Mach mir mal keinen Schiss Tobi, du oder ich? Äh, ich bleib hinten Sepp the Boss? Oh, wir haben keine Chance Ja, der ist der Boss Scheiße Wenn, wenn Sepp der Boss Ist der, von was ist der denn Boss? Der Sepp Von seinem Kinderzimmer Die Smiet Ah, 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 ah Das wär so lustig, wenn das wirklich wäre Ja, das hab ich mir gerade auch gedacht, das wär echt lustig Dann würde ich ganz liebe Grüße an dieser Stelle ausrichten Ja, Tobi, du bist so ein Profi, Alter Mal Alter Ah Ich hab dich mal hinten, Alter, das kannst du vergessen Ich krieg den Ball überhaupt nicht Lass mich raten, das kann Dallukat wahrscheinlich auch am besten, oder? Was denn? Versuch ich hinten Dallukat macht immer 1 gegen 4 Rangliste Gold Ja Und gewinnt Ja Ich bin hinten, Leute Fahn, ich hab mich mal angeschubst Entschuldigung Dankeschön, sehr nett von dir Soll ich den Torwart töten? Wo? Okay, ich bin hinten Ich kann das überhaupt nicht Ja, sicher Ist alles cool, alles cool Alles in Ordnung Nein! Wieso ist der nach hinten geübt? Jawoll Ich hab das Gefühl, die machen sie überhaupt so lustig Hab ich? Die stehen einfach am Ball Nein, Tobi Alles gut Schönes Ding Schönes Ding Schönes Ding Jetzt pushen Jetzt volle Pulle rein Jawoll Nochmal Nochmal Nein Ich steh immer falsch zum Ballern Das ist heute echt krass Ah, fuck Oh, ist das schwer Oh Ja, genau, Alter Ja Ja, Mann Jawoll Tobi Nice Müssen wir ihn rein? Der war da vor Der kriegt das noch hin, Alter Tobi Ich muss hier echt Videos dazu angucken Ich glaub, das muss er lernen, indem man spielt die ganze Zeit Ja, genau, genau Entschuldigung, meine Tipps in den Kommentaren von mir Tipp 1, 2, 3 Äh, ich kann das am besten echt nur, wenn ich mir andere Videos Die ich selber aussuche Die ich selber aussuche Ja, Sepp, Alter, was bist du so für ein Typ Ganz ruhig, Junge Ganz ruhig, Mädels Nein, was? Willst du mich verarschen? Alles gut Oh, Schwein gehabt Alles gut Oh, Schwein gehabt Oh Curry, mach ihn rein Curry, mach ihn rein Curry, mach ihn Nein Oh Mann Wie wirst du fast? Fuck Schönes Ding Oh Gott Ich geh mal rein Brauch ich dich Ich brauch Boost Oh, ohne Boost bin ich nur ein halber Mann Oh Alles im Lot Alles im Lot Oh Gott Ich wollte ihn hier weghauen eigentlich nur Ich hatte Angst Okay, gut, gut, bin ich getroffen Geht's drauf Nice Pan, nice Hast du den Curry? Oh Geil Curry Geil Du geiler alter Holländer Nein Nein, 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 nein Scheiße Alter Schwede Geil Nein, 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 nein wir haben so schlicht, sind wir jetzt auch nicht Leute Wir haben auch gewonnen Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wir lassen uns den Mut nicht nehmen. Jawoll! Ist gut! Tobi, ich krieg nichts hin! Was ist los? Ja, 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 ja! Oh Mann! Scheiße, den nicht rausgeholt. Ich hasse Winter 47. Das ist der neue Mr. Baltimore. Das wäre mein erstes Tor gewesen. Jawoll, Tobi. Sei sauber mit dem Arsch, ey. Okay, Tobi, komm. Vielleicht soll ich noch rückwärts fahren. Das greif ich vielleicht. Vorlage! Nee, doch nicht. Jetzt! Oh, was war das denn für eine Wurst, Alter. Schönes Ding! Oh, nein! Ah, der war zu schnell. Geil geworden. Alter, das gibt's doch nicht. Nein! Oh Mann! Weg damit! Geil! Okay, komm! Nee, ist nicht, ist nicht. Der ist immer wieder dran da. Immer wieder dran. Oh! Oh Gott, Alter. Müssen wir zwei Tore machen. What the fuck, ey. Oh, wir sind über null. Irgendwie hat's Gefühl, wir hatten schon ein Tor. Egal. Das ist meine gefühlte Wahrheit. Ja, Leute, bitte! Nein! Ja! Okay, komm, wir leben noch, wir leben noch. Kommt jetzt, Leute. 57 Sekunden, das reicht für drei Tore. Alter, war der wichtig. War der wichtig. Okay, okay, volle, volle. Tobi, Joe, go, nach vorne. Go, go, go. Wir müssen am Ball bleiben, wir müssen ihn nach vorne kriegen. Nein, aber man! Nicht da nach vorne. Oh, der Winter 47 ist der Neumister Baltimore. Alter. Jetzt, jetzt! Los! Oh mein Gott. Ich hab den, ich hab den. Oder auch nicht. Entschuldigung. Egal, egal, egal. Oh nein, perry geil. Sauber. Oh Mann! Fick dich! Oh nee, das gibt's doch nicht, ey! Nee! Oh Gott, ey! Scheiße! Oh nein, bitte doch nicht, dass ich das war! Das darf nicht wahr sein! Nein, nein, das waren die! Nee, nee, warte, guck mal! Oh! Oh Gott! Nee, das waren die! Das waren die! Das waren 100 pro die! Das waren die! Das waren die! Ja, nein! Nooo! Die sind schon! Da! Ein Tor noch, komm! Nochmal! Alter, es ist so schwer! Alter, aber die sind auch schon alle viel weiter. Man sieht's an den Outfits. Oh, ich hab endlich ne Münze! Ich hab ne Antenne! Ich hab ne seltene Kiste, krass! Boah, Alter! Schade! Okay, Kidding Tag ist schon raus ins Hauptmenü. Der hat keinen Bock gegen uns zu spielen, weil der jetzt vielleicht Punkte macht. Schade! Oh, ey! Na ja! So ist es leider, ne? Kurz Hauptmenü! Ja, ne? Ja! So! So! Was jetzt? Wer hat denn da die Mütze auf? Ich hab die Mütze auf, ey! Was hat er denn da hinten? Ne Engel? Ich ändere auch mal mein Auto! Ich hab jetzt ein Engel! Das ist einer von den, äh... Nein, das ist er nicht! Ganz böse! Ganz böse! Ganz böse! Ihr dürft nicht zwinkern, sonst kommt der näher! Bitte nicht! Ich muss am Auto liegen! Bin ich gefährlich genug! Was ist denn Ausstellungsraum? Ice Charger! Ach, die kann man... Die Autos kann man hier kaufen, oder was? Boah, Alter, was für geile Autos! Meinst du? Wo? Äh... Zack! Hier, ich guck grad Premium Autos! Da gibt's irgendwie zig Autos, die man kaufen kann für 2 Euro! Ausstellungsraum, oder was? Ja, genau! Alter! Bettmobil! Cool! Ach, da ist der DeLorean! Geil! Alter, das Bettmobil muss ich haben! Zack! Das ist ja echt ganz cool! Zack! Zack! Ey, gibt's dir was daran, gell, irgendwo? Der geht bestimmt ab, Mann! Ich probier mal gerade! Wie geht das? Ich probier's gerade mal! Boah! Schon cool! So! Da geb ich Stream Money für aus, weißt du? Ich hoffe, die hassen mich nicht! Schöne Aufkleber! Zack! Okay, ich hab ein neues Auto! Was? Was hast du denn geholt? Ne, also ich hab mein... ich hab ein Konfigurier... Oh, ja! Der Tobi glaubt, der kommt in die Aufnahme, weißt du? Geil! Was soll das? Was soll das, Tobi? Mit deinen blöden Sprüchen! Wo ist... Hey, wo ist denn jetzt das Auto? Ich hab's doch gerade gekauft! Wie, du hast dir jetzt einfach eins gekauft? Ich hab jetzt ein Bettmobil geholt! Wo ist es? Hey, wo ist es? Demmentar? Ist das mit der Zahlung... Ist das mit der Zahlung erreicht hier? Oder mit Steamboot haben? Es kann sein, dass du das Spiel nochmal neu starten musst, vielleicht... Was? Ne... Oh, wo ist... Hey, wieso ist jetzt alles verstellt? Achso, weil ich ein neues Preset gemacht habe... Oh nein, jetzt muss ich alles nochmal anpassen... Aber hey, guck mal, ich sehe gerade, wir können hier Bots spielen haben... War irgendwie... Ja... Dann nehm ich einen Mr. Baltimore... Okay, warte... Ich mach nochmal ganz schnell hier... Ähm... Ja... Ach, Hochglanz und matt geht auch... Hm... Das hab ich vorhin noch gar nicht gesehen... Ich fliege mal alle in der Haier gehen... Ist schon spät... Jetzt haben wir doch noch ne Folge mehr aufgenommen... Und haben jetzt, glaub ich... Für die Gamescore, ne? Ja... Really? Voll geil! Voll geil! Ja, sorry... Ich hab... In Dead by Daylight... Und... Ich... Ich weiß nicht, welche Spiele... Wir... Wir haben so viele Spiele jetzt gespielt, aber ich hab noch nie... Wie so... Nie! Das Discord ist ja super! Ähm... Wir haben... Ja, so viele Nerven aufreibende Spiele gespielt... Ben und Ed... Gtt... Gbd... Aber ich hab noch nie so gespielt... Wie geil! Der Curry, was ist das denn? Ach so! Noch nie gespielt... Entschuldigung... Was denn? Was? Der Curry, was hast du denn gerade... Wo hast du die ganzen Sachen her, Alter? Die hab ich irgendwie freigeschaltet... Ich weiß nicht... Voll geil! Der war schon länger... Oh, der hat so Tentacle und so... Und deine Rips, Alter! Was ist da los? Wie geil! Nein! Boah, Nietzsche! Ich bin noch nicht ganz zufrieden... Ich könnte noch ein bisschen rummalen... Alter, ich glaub... Auch wenn wir jetzt die Aufnahme aufhören... Ich glaub, ich spiel das noch ein bisschen... Äh... Ja, ich muss noch tausend Sachen... Ja, ich eigentlich auch... Ja, ich... Also, ich werd gleich erst mal essen... Wird sehr schön... Ja, bin ich auch gerne... Was? Nehmen wir gerade noch auf, ja, ne? Ja... Ja, ich bin noch eine Aufnahme... Ja, klar... Aber auch nicht... Wo ist denn der Tobi eigentlich? Der Tobi ist einfach... Der ist Kacken... Irgendwie, weiß ich nicht... Ach, schon wieder, klar... Ach, Mikro-gemutet... Hat das seine Aufnahme schon beendet? Ne, aber der Tobi hat grad diesen... Sein Manneken da irgendwie draufgeballert... Der hat seinen Manneken geballert? Ah, Tobi ist es! Da sitzt so ein Manneken auf sein Auto drauf... Keine Ahnung, irgendwie hat sich... Tobi, was ist denn? Discord gemutet? Hä? Alter, Tobi, was ist das für ein Manneken bei dir? Das ist ja so süß... Ja, ich wollte sagen, jetzt hab ich auch einen lustigen Hut... Ach, guck mal, der guckt sogar, der bewegt die Augen... Wie? Ihr müsst mal bei den Antennen auf Communities gehen... Hab ich vorhin eigentlich gesagt, aber... Ja, 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 da ist ja alles möglich... Das ist kein HWSQ, das... Genau, wir brauchen unbedingt eine HWSQ-Flagge, Alter... Ja, unbedingt... Ne? Also kann man... Ah, ich glaub, das kann... Was heißt denn, äh, Communities... Aber ich glaub, das kann man nicht selber machen... Ne, ne, das musst du, glaub ich, da beantragen... Oder irgendwas, keine Ahnung... Ja, genau... Ja, ich mein, wir sind ja eine super Community... Ich glaub, wir müssen uns irgendwann mal ein Logo machen... Ein schönes HWSQ... Irgendwas, was uns repräsentiert... So, so ganz schlecht... So zwei traurige Smiles und zwei Happy Miles... Tobi, was ist das an der Antenne? Tobi hat ein Radio geklaut, das ist an der Antenne... Ich hab zwei Freunde jetzt... Ja... Das ist schön geil... Ach, wie cool... Ja, dann, ähm... Mal gucken, wann wir's wieder spielen... Wir haben ja alle Spaß... Könnte sein, dass die nächste Folge vielleicht aufgelegt ist... Wir wissen's nicht... Äh... Wir müssen die Folge jetzt langsam mal beenden... Hm... Ja, sollten wir tun vielleicht... Vielleicht ein bisschen mal, ja... Aber ihr könnt auch noch quatschen, wenn ihr wollt... Ja, so... Ne, hab ich jetzt nicht so großes Interesse dran... So... Jetzt hat mein Manneken Angst vor dir in meiner Antenne, Tobi... Guck mal... Schade, dass du den Curry gar nicht richtig... Hä? Du hast voll die Rick and Morty Sachen... Ja... Voll geil... Ich will auch Rick and Morty Sachen... Geil, wir sehen... Curry... Fahr' mal nach vorn... Nein, ich kann den Curry leider nicht sehen... Fahr' mal nach vorn... Du kannst doch... Du kannst doch die Kamera drehen dran... Ahhhh... Boah, voll cool... Boah, die Reifen sind ja geil... Oh, es gibt auch benutzerdefinierte Karten im Workshop... Cool... Ja, nice... Die Reifen sind so cool... Ne, find ich auch... Boah... Was ist denn da, als Antenne, Tobi... Was ist das denn? Geil, ne? So ein Toaster oder... Das sind meine zwei neuen Freunde... Ich finde ganz ehrlich, dass das Ding auf der Antenne sieht aus wie Tobi... Ja, eben... Ne? Und vorne ist eindeutig Curry... Ja... Ja, ja... Aber ehrlich... Wie cool, dass da das aussehen... Echt... Boah, freu' ich mir doch... Ja, dann... Pan, wir müssen Sachen freispielen... Wir müssen heimlich üben auch... Damit wir den beiden keine Schande machen... Wir werden wahrscheinlich nicht... Doch, wir werden geübt haben... Äh... Aber jetzt ist erstmal Gamescom für... Für uns noch vor der Gamescom... Oh, ja... Also, falls da irgendwas Peinliches passiert ist... Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht... Ähm... Und... Ist auch scheißegal... Ich weiß nicht... Wir haben, glaube ich, wirklich genug produziert... Es sollte also eigentlich... Wir haben genug Folgen auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Ja, ja... Nehmen wir am Gamescom Samstag noch auf... Ja klar... Und danke nochmal an alle Zuschauer... Die wirklich HWSQ so fleißig gucken... Es ist unfassbar... Also, ich glaube, auf allen unseren Channels... Es ist unfassbar... Ja... Voll geil... Ja, ich meine... Also, so Dead by Daylight und TTT... Hat ja voll viel Bock gemacht... So die 100 Folgen schon... Ne... Aber so dieses HWSQ... Dieses verschiedene Games-Talk gemacht... Viel mehr Bock... Ja... Voll geil... Und vor allem... Wir können spielen, was wir wollen... Wir können spielen, was wir wollen... Und... Wir können uns doch einfach mal... Einfach mal drei Folgen lang hinsetzen... Und gar nichts machen... Ja... Ja... Wir können uns doch hinlässt... Ich könnte deinen Bauch anmalen... Voll geil... Alter... Da würdest du gucken... Egal... Es ist trotzdem dann... Was heißt denn scheiß... Was heißt denn scheiß Kakerlaken-Spiel? Das war... Das war voll lustig... Hey, pardon... Kakerlaken-Spiel war Katastrophe... Aber ich kenn noch... Es gibt noch ein bisschen Schissener... Ja, ich kenn auch eins... Ja... Ich kenn auch eins... Ja... Was? Entschuldigung... Ich lache gerade... Nur so... Okay... Wir sollten die Folge beenden... Ja, ich glaube auch... Ein guter Zeitpunkt... Tschüss... Tschau... Vielen Dank fürs Zuschauen... Bis zur nächsten Folge... Tschau mit Frau... Wir sehen uns nach der Gamescom... Tschüss... Tschüss... Tschüss...